jetzt sind wir angekommen und zwar bei den wasserfällen in antaglia und ich gehe jetzt hier rein gleich ein tritt kostet zwei euro und ja dann lasst euch mal überraschen so 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 ich bin hier am Wasserfall angekommen die ihr hinter mir seht ich werde euch noch ein paar schöne Bilder machen also viel Spaß bis dahin macht es erstmal gut so 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 Es ist sehr warm, es ist sehr gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020